Pailerman und Flo, die Helden der Mutterstadt, auf der Suche nach Carmen Part 5. Carmen blieb verschollen. Irgendwo musste sie aber doch zu finden sein. Zieht euch die letzte Episode rein. Der wichtigste an dem Strand ist das Bier, nicht der Sand. Das ist die deutsche Leitkultur. Und dann kann ich mit ihm und meinten nicht stehen. Hey, wo seid ihr her? Hey, wo seid ihr? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Genau. Berlin, hey, wir haben einen Gästchen. Wie ihr seid, zum Wollen. Prosi. Akkordelein. Zehn ist doch nur einer. Ich sage eins, ein Lied. Und das geht so, und das geht so. Oh, Akkordelein. Oh, Akkordelein. Ein dicker, dicker Tonfer. Was für einen dicken Winger halten. Mossa, Mossa. Ey, mein Ernst, die Jungs, wenn man hier raucht, oder? Ey, kick mal. Ey, kick mal. Ey, kick mal, kick mal, der Typ hat die Ohren auf dem Bauch tätowiert. Kick mal, die Ohren. Oh, Akkordelein. Oh, Akkordelein. Und der Bete. Die Kippe. Die Kippe. Die Kippe, die Kippe. Ja, komm, 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 komm. Nee, komm, 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 komm. Oder du wirst auch immer, Alter. Der sagt, die Kippe, die Kippe. Ey, Naukszner, Alter, wischig. Ey, der Typ, der Juna auf dem Ofen scheint davor sehr zu sehen, wenn ihr mal rummachen möchtet, Alter. Der ist französisch, Alter. Französisch ist ja nicht so schwer. Man müsste sich halt nur überwinden können, oder? Carmen, du geile Sau! Carmen, du geile Sau! Zieh dich raus! Wo ist Carmen? Hallo Carmen! Habe ich vor den Ohren reingeschreit, Alter. Habe ich reingeschreit? Carmen! Für dich, für dich sterben, aber Carmen! Für dich, für dich sterben, aber Carmen! Carmen, hab erbarmen! Oh, ich wohne schon ganz nervös! Oh Carmen! Oh Carmen! Oh Carmen! Hey, komm ich weg, Alter, ey! Oh Carmen! Carmen! Oh Carmen! Carmen! Oh Carmen! Oh Carmen! Oh Carmen! Oh Carmen! Oh Carmen! Ja, ja, aber am Text müssen wir doch Arbeiten tun. Wir waren hier in Ballermann, äh, drei oder zwei. Die Jungs hier kommen aus Deutschland, wir sind hier in Deutschland, wir haben hier den Sohn. Alter Schalter, schöne Schrift. Ich glaube, der mag die Carmen wirklich von ganzem Herzen. Der wird wirklich alles für die Wahl. Das geht nicht. Alter, echt. Alter Mann, das ist so süß. Die Mutting ist geil, oder? Das ist Siggi, Alter. Hör mal die an Siggi. Ich bin zurück, Alter. Ist er ja. Mit seiner neuen Siggi, Alter. Aber richtig, Alter. Der schließe ich nämlich jetzt zurück. Verstehst du? Ey, Alter, ey. Doch da, der Megapark. Ey, Alter, ey. Megapark, Alter. Richtig geil. Wir versuchen da jetzt mal rinzukommen, Alter. Aber mal nicht. Wir nehmen die es nicht ab. Ach Gott. Ey, wir nehmen uns auf, Meister. Mach's gut auf. Nein, ich... Hier, mach mal ein Interview. Was willst du wissen? Äh, wer bist du denn? Ach! Ach! Die machen hier Bondsaufe, Alter. Kipp mal! Von welchem Sender seid ihr? Ach! Ach! Ach, ach! Ach, ach! 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 Sido und Flair und Sido und Flair und Sido und Flair. Hier ist auf jeden Fall Stimmung. Ich glaube hier ist Männerabend. Hallo, wie geht's denn? Hast du klar? Hier ist aber ganz gut. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut von Freiermann. Man braucht hier mittlerweile einen Mäderfone, damit man überhaupt nicht rein kann. Ich wusste hier nicht, dass wir hören, nicht wahr? Ja, wir stehen hier jetzt und ich glaube hier ist heute Männerabend. Habt ihr viele Frauen sehen oder was? Scheiße. Das ist richtig geil. Ich hab mir Stroh hinbesorgt, Alter. Jetzt werd ich erstmal schön klauen, Alter. Hier bübt man sich international. Ich komm hier rein. Ich komm hier rein, Alter. Komm mal weg. Komm mal weg. Komm mal weg. Eins, Alter. Wir probieren. Oh, richtig geil, Alter. Dann doch lieber wieder zum Strand. Ich suche Carmen. Welche? Du bist Carmen? Geil, Alter. Wer von euch ist Carmen? Du? Zeit für ein bisschen Philosophie. Wieg mal die kleine Carmen. Mensch, Carmen, wir wollen doch ja nicht. Die ist so alle Jungen. Carmen, komm. Sei ganz locker. Sei ganz braun. Carmen, komm nochmal raus. Carmen, wir Carmen extra für dir. Was ist los, Mensch? Party ist hier. Oder was? Carmen, wir sind hier unter uns. Niemand hört uns. Du kannst ruhig rausfinden, wir kamen, ey. Wir waren immer so in Unversammlung. Hallo? Ich nenne es Gabi nämlich, die gar nicht Carmen ist, war. Aber Gabi Carmen, Carmen, Gabi, ist nämlich jetzt quasi auf... Ah Gott, die kriegt doch meine Kamera. Nein. Gabi Carmen. Aber ist das mit einem Knochen oder was? Ja, wisst ihr? Knochen. Okay. Guck mal hier. Der Kondome hat sie runtergemacht. Ja, ich bin schluss. Gabi Carmen, wir fahren mit dem Fest. Ja, tschau. Bis denne, wa? Tschau. 22 Kneipen, 16 Clubs und 10 Stunden später am Strand von Palma de Mallorca. Ey? Das ist ja... Wie ist die? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich habe das. Det ist ja, der... Oh. Da kamen sie wohl zu spät. Carmen war längst schon wieder abgeflogen und Peilermann und Flo wurden festgenommen. Wegen Ruhestörung, Hausfriedensbruch, Trunkenheit auf einem Dreirad und öffentlichem Verkehr mit einer Jucca-Palme. Ich mein, was hattet ihr denn erwartet? Hollywood-Happy-End? Dreierkiste mit Carmen und Sido im Chrom-BMW? Wer bin ich und wie viele? Ne Jungs, mal ehrlich. Nicht bei zwei so ausgekochten Vollidioten wie Peilermann und Flo. Wie es auf Malle weitergeht, keine Ahnung. Wir haben den Kram hier nur gedreht wegen der Ollen. Und irgendwann kommen die beiden sicher wieder aus dem Knast. Na denn, bin ich ja beruhigt. Stay tuned auf agro-tv.